Was ist das TTS-Forum? Wenn ich gefragt werde von Bekannten oder von Kunden, was denn das TTS-Forum ist, dann bin ich eigentlich um keine Antwort verlegen, weil das TTS-Forum ist ein Fachforum für Interessierte im Bereich Wissenstransfer und Personalwesen. Im Wissenstransfer im Kontext Technologie, Content und Methodik und eben im Bereich das zweite Standbein der TTS, der Bereich Personalwesen. Ja, natürlich ist es ein Event für uns, ein Marketing-Event, aber wir halten uns hier tunlichst zurück an diesem Tag. Wir haben den besagten Keynote-Speaker zu Beginn und wir haben danach vor allem Kundenvorträge. Also sprich, wir sonnen uns ein bisschen im Lichter unserer Kunden und halten uns hier zurück im eigenen Werbeblock, überlassen den Kunden hier die Vorträge. Ich glaube, es ist toll, dass wir mit anderen Kunden zusammenarbeiten, mit einem anderen Kunden, zu werden, weil wir viele Herausforderungen haben. Wir haben auch ein paar Herausforderungen, wir schauen, um Ihre Produkte-Roadmap zu bringen. Und es ist interessant, die Perspektive von anderen Kunden zu bekommen, ob sie die gleichen Herausforderungen haben, ob sie es in einer anderen Weise beantwortet haben. Ich denke, der kollaborativen Aspekt des Forums ist der Punkt, der für uns wichtig ist. Was ich hier immer ganz spannend finde, ist der Austausch mit den Kollegen aus den anderen Unternehmen. Man kann so ein bisschen über den eigenen Tellerrand gucken und sieht, was in anderen Unternehmen so läuft und bekommt natürlich auch immer so diesen innovativen Input von TTS und fährt eigentlich immer mit neuen Ideen nach Hause, die man direkt am liebsten umsetzen möchte.